hallo und herzlich willkommen zum nächsten teil von classic 3 wir befunden uns immer noch am leuchtturm von jack in der nähe von adea da vorne kann man sehen in dem strandgebiet ist es ja in dem sinne da unten ist das meer und kann man zwar auch noch entlang aber da kriegt leider den cyrus nicht mit der bleibt dann immer hängen deswegen machen wir erstmal hier dieses plateau frei von allen tieren einen banditen so letzte folge sind wir hier zum jack gelaufen der hat es ja leider nicht überlebt denn der jack hat tatsächlich für die rebellen gearbeitet und ich bin mit einem ort söldner unterwegs und die beiden untereinander das hat nicht so gut funktioniert leider hat der ort söldner gewonnen so können wir jetzt den auftrag beim jack nicht mehr abgeben ich guck gerade noch mal was hier alles so an pflanzen sind bevor ich den jetzt hier in der nähe von adea bringe denn die mag der tatsächlich auch alle nicht unser guter ort söldner dd wo unterwegs sind nicht gekriegt wo es sind aber einige noch ein bisschen xp macht so gestört hat man die richtung da gibt es keinen entkommen das ist das schöne ja auch was habe ich so voll gut daneben so um sonst iris mit der steht da noch und wartet auf uns ich wollte nicht den leuchtung hochklettern und in dem schnitt brauchen der bleibt man ja wieder irgendwo hängen oder fällt runter oder irgendwas kommt alles klar alles klar cyrus folgt alles klar ich führe du folgst wir haben wir noch einiges an blutfliegen rumrennen die uns da in der letzten folge tatsächlich einmal das leben gekostet haben erster tod in gothic 3 wir waren dabei leider ist es so aber nun was aber machen das was nicht ganz ohne todesfälle über die bühne kriegen hier das ganze spiel das haben wir von vornherein bewusst nein jetzt renne ich hinterher cyrus ist alles gut alles gut wir können auf einen mehr oder weniger verzichten das ist überhaupt kein problem für mich aber den nicht den will ich haben derzeit im moment abgeboten fiese map gut wir müssen mit seinem schläppter ein bisschen aufpassen also nicht zu dicht an die stadt dran rennen die marke mit sicherheit auch nicht die leute die da stehen sei es bleibt hier ich sag noch geht da nicht so dicht ran und rennen erst mal direkt aufs tor zu hoch und die wachen stehen aber nun da haben wir schon einen gesammelt sehr schön erstmal schön die ganzen pflanzen mitnehmen hier wir haben schon einige aufträge gehabt in denen wir nur pflanzen abgeben mussten dann brauchen wir uns nicht auf die suche begeben wenn wir die jetzt alle schon nach und nach einsammeln steht wieder eine eingesammelt fertig so ich würde sagen wir gehen erst mal den rechten rand entlang denn mein ziel ist tatsächlich da vorne ungefähr wo mein kopf ist an der felswand die dort anfängt aufzuragen ist eine höhle und in dieser höhle befindet sich ein banditen oberhaupt wo ich gerade von banditen spreche schwerer bandit cyrus bist du soweit da vorne böse leute wie hauen sie jetzt um alles klar ja ja ich scheint das nicht so richtig zu interessieren die er werde ich zeigen ja kommen man einzeln einzeln ist auch gehen gehen wir noch ein bisschen zurück damit sind ich habe mein schild nicht um warum ich habe es nicht mal im inventar oder im schnellen wieso habe ich mein schild nicht ausgewählt auf der drei und auswählen so alles klar kann losgehen also wir kriegen ja schon richtig schaden also wenn wir getroffen werden müssen ein bisschen aufpassen kann ich auch wo ich habe gebraucht ich muss mich erst wieder ein bisschen einspielen erste aufnahme heute in diesem tag warte mal der gehört zu mir nein der gehört zu mir wieso sieht mir so ähnlich aus ich nehme aber gerade mal eben trank so viel durch haben wir sie alle hat auch gut geklappt da will ich mich gar nicht beschweren erst noch mal ein bisschen wunder fleisch dieses schöne wunden heilende fleisch das ist doch unglaublich gut ich glaube wir haben auch wieder einiges eingesammelt ein paar tiere haben wir ja platt gemacht dass wir da wieder neues produzieren können 31 das sehr gut das spart eine menge heiltränke ich bin tatsächlich hier noch nie mit cyrus umgelaufen ist das erste mal heute also ich habe gott 3 tatsächlich schon öfter mal angefangen wir sind ja noch sehr sehr am anfang ob das glaubt oder nicht wir sind noch nicht wirklich weit im spiel zwei gleich das heißt eine dringt mit sicherheit zu uns durch auch wenn es sich große mühe gibt die aufzuhalten ein bisschen weniger es darf uns nicht stechen dem hat so das war ja du bist ja gute arbeit sehr sehr schön so wie ich das sehen weiter geht's jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen also wie gesagt ich bin noch nie mit cyrus hier das gebiet dann gelaufen deswegen wusste ich das jetzt mit check nicht und ich bin mir auch nicht sicher was passiert wenn wir jetzt da in die nähe und diesen gebäude kommen da von diesen da denn das ist tatsächlich eine ort behausung die umzingeln ja noch das gebiet in diese kuppel befindet sich unser könig haben wir am anfangs screen gesehen und das ist umgeben von orts also überall sich an der rocken orkeln da rennen mindestens mindestens keine ahnung viele viele orts rum auf jeden fall die einen auch instant angreifen also es ist keine orts die mit dir reden dich unterjochen wollen oder irgendwas die wollen nicht töten alle jeder einzelne deswegen gehen wir da mal noch nicht dichter ran da brauchen wir sehr sehr viel mehr stärke für um das schaffen zu können wieder zwei blutfliegen im prinzip sind die nicht so schwer aber ich speichere zur sicherheit einmal cyrus könnte auch mal wieder ein trank verbauen hier haben sie kriegen wir weg wir beide schaffen das wir sind ein gutes team auch wenn du leider bald sterben wir es sei du ganz schnell zu nein nein okay das war die erste da ist noch eine cyrus soll noch eine und eine kleine okay also cyrus hinter dir ist ein wolf 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 cyrus wolf er merkt es nicht er merkt es einfach nicht siehst du guck mal schnell die beißen selbst der liegt am boden also wir werden jetzt versuchen nicht zu sterben da habe ich letztes mal gar nicht so geschneit ich hätte mich einfach mit heiltränken oder so hoch heilen müssen weil irgendwann ist die vergiftung zu ende das war ich letztes mal nicht geschnallt weil ich so überrascht war dass ich keinerlei heiltränke gegen gift habe ja voll erwischt in poppies noch mal erwischt noch mal erwischt und ich schlucken schon ein paar polzen oder feilen ich wollte zu bauen okay das haben wir auch frei geräumt ein paar blutfliegen haben wir einmal vergiftung haben wir überlebt sehr schön so wie ich dann was war das die sind böse wir sind noch böse als hölfe und hier rennt eigentlich nur das rum und asen und schlangen es bringt alles xp das ist auch so hasenplage ist auch nicht so ungewöhnlich da müssen wir einfach gegen angehen so cyrus blutfliege bist du soweit geh mal um den weg da haben wir auch sehr schön das wäre die arbeit das erledigt die hasenplage beseitigen da hängt schon wieder eine blutfliege und schüsse kowski schüsse ein mist viel weniger dem hast du es ein mist viel weniger kannst du deine sätze machen richtig wenn das verwirrt mich schon ein bisschen verbrannte hütte ich will da aber da oben zum steinkreis erst will aber hier im gebiet schon mal alles aufräumen was irgendwie geht so haben wir auch sehr schön jetzt ist mit aufnahme ein bisschen besser irgendwas ist da komisch nach dieser aufnahme will ich einmal meinen rechner neu starten warum ich höre sie aber ich sehe keine es kommt aus dieser richtung alles klar da ist nichts dann ist da nichts ich will mich nicht beschweren also wölfe muss ich nicht unbedingt um ort habe diese gesehen es stehen ein paar mehr rum ich glaube mit 50 kommt man nicht hin er sieht so ein bisschen wie im zweiten teil von gothic um die burg im ital da vorne gehen die wölfe ab jetzt schnell ich ja genau dann war es nur das echo was ich gehört habe es kommen wir gehen hier lang dagegen haben wir keine chance scheuer hier ist das ist auch ein auftrag ja ja nein er ist nicht tot zum verarschen da ist aber der nächste bleibt schön bei mir scheuer hier steht wir müssen sie jagen da liegt der erste ich weiß nicht wie viele sind aber wenn er jetzt nur hier steht ist es ein ganz normales tier wenn da war irgendein zusatz bei steht scheu aggressiv böse frech diebisch irgendwas ist das immer ein tier von einem auftrag immer so da haben wir auch schon direkt den auftraggeber das weiß ich tatsächlich wieder auswendig entschuldigung ich wo bin es wieder hier starte mal was willst du christen dich warnen im osten vengard sitzen orks eine menge orks na und die sind nicht gerade entspannt verstehst du die warten nur auf eine gelegenheit zu kämpfen wenn die dich sehen bist du futter das ist was machst du hier sind genau die orks von denen ich geredet habe ich halte mich mit dem über wasser was ich hier in der küstenregion finde küstenregion so heißt es kannst du mir das jagen beibringen allerdings nicht umsonst jeder muss heute sehen wo er bleibt du bringst mir das fleisch der scheuen hirsche drüben im osten und ich zeig dir ein paar tricks was meinst du ist das fair okay dann machen wir das erst bevor wir weiter mit ihm reden also das war genau der auftrag den ich heute habe ich mich jetzt erschrocken dachte was kommt denn da jetzt durch den rasen gerannt ein wildes schweinchen das wäre erledigt okay also wir müssen die hirsche jagen also nicht hier schön es kann natürlich sein dass ich die jetzt durch meinen angriff nähe da haben wir schon den nächsten sehr schön so der liegt so so eine blutfliege die kann ich einfach hier hoch fliegen eine muss den weg entlang fliegt und gibt dann auch noch auf alter wenn ich weiter vorziehen dann bleibt sagen verstehen es gibt hier sehr schön das problem ist da sind die wölfe und sie gehen nicht weg naja ich kann ja hier runter aber was macht sein bis versuch ich es gespeichern es sind jetzt gerade nur zwei dann können wir das schon mal so ein bisschen ausdünnen da vorne ich hätte mich mal schon mal speichern ich gehe es mich heilen das war glücklich gehabt darin schon wieder ein hier stehen brauche ich blutfliege blutflieger virus hinter dir schneid es wieder nicht nein nicht treffen das wäre erledigt läuft gerade gut läuft gerade gute speichern wir sind gut geheilt hier ist noch mal ein bisschen wunderfleisch hier haben wir auch noch eine truhe rumstehen sehr schön alter ich muss auf jeden fall gleich mal recht noch mal starten er läuft halt auch schon den ganzen tag also ich kann mich nicht beschweren da kann wohl sein dass da irgendwas im hintergrund nicht so ist wie es soll neustart wie das problem als wir service ich muss da einmal lang kann ich dich hier stehen lassen und du kümmerst dich ein bisschen um die wölfe kriegen wir das hin ja warte hier da vorne sind wölfe ich halte hier die stellung was ist wenn ich die anlage kümmerst du dich dann um und ich kann mich in der feld um die hirsche kümmern so ich gehe jetzt einfach weg das war ein bisschen fies oder nö es interessiert denn einfach nicht hallo na du brauchst das war nicht clever aber ich habe gerade gespeichert ich versuche es hier gibt es doch keine chance noch mehr von den biestern jetzt wo ich tot bin weißt du jetzt mischt er sich ein der hampelmann alles klar weil verschlagen wahrscheinlich wieder nicht geht wir sehen uns gleich wieder bis gleich alles klar da sind wir wieder ja aber das ist ja generell ganz gut dann schneide ich das speichern einfach das laden einfach aus ist dafür auch vom vorteil an brotter ein ladebildschirm nicht zu gucken also diesmal tatsächlich wieder geklappt warum auch immer mal so mal so ich will mich da gar nicht beklagen die anderen sind gerade alle beschäftigt finde ich sehr gut jetzt nicht mehr nein nein mein leben ist schon wieder weg einfach weg einer ist bei cyrus beschäftigt das ist viel wert aber zwei sind schon wieder es kann schon wieder schief gehen der eine interessiert sich gerade überhaupt nicht für uns finde ich super selbst zwei kleinschläge da holen die so zwischen echt krass sagen wir was wie läuft es denn so bei dir ich habe hier schon fünf stück weg gemacht und du bist da immer noch am umhampeln also ich muss gerade die truhe leer machen bin gleich bei dir haben wir da schwert schwert ist jetzt nicht so mein schwert ist ein toller schwert aber ich glaube ich habe ein besseres sie hat da keine chance gegen das wäre erledigt gut du lebst aber noch du hältst gut aus glaube ich also da haben wir noch eine truhe die man gerade noch leer er ist da haben wir noch ein immer noch leer nichts zu holen aber noch eine da ist nichts zu holen cyrus und wieder her du rennst mir jetzt nicht zu den orts komm her hier du hampelmann was stimmt denn nicht mit dir hier hin und hier bleibst du eben stehen ich halte hier die stellung das ist super halt du mal die stellung fest ich will noch was einzusammeln weil ich bin mir ziemlich sicher dass hier um die ecke noch hirsche waren ich will sogar schon orts reden mit teiltruhe die kann ich aber öffnen äpfel und er zu holen geil das ist gut alter lecker sie aber ich glaube das ist auch die kuppel und die ganzen orts das kann natürlich sein ich meine es ist auch nur eine kombination das ist unglaublich das spiel ist so eine und die besten rechner knickt dann noch ein ist unfassbar mit die maus verrissen ok also bei meiner testaufnahme sind hier tatsächlich auch welche von den hier schon land war ich habe mir einen wolf gesucht nach den dingern ehrlich alter ich habe gesucht wie ein weltmeister und dann waren die tatsächlich hier in diesem gebiet wahrscheinlich habe ich sie auch irgendwie dahin getrieben dadurch dadurch um welche abgeschossen habe jetzt sind auch ja versuchte ich gehe einfach weg von hälzer von alles klar der macht die blutpflege weg sehr schön cyrus hier ist auch noch eine truhe abgebrochen wir haben nicht so viele macht da keinen scheiß mit ok hier haben wir auf jeden fall schon mal einen neuen dittrich sehr schön sagt ihr ein paar minuten haben wir noch ich würde ganz gerne noch in die höhle rennen das wird auch eine etwas längere schlacht ich glaube die schaffen wir dann heute gar nicht mehr komplett aber dann können wir wissen schon mal anfangen oder also jetzt in diese höhle glaube ich nicht ich weiß gar nicht was hier drin war ich meine eher eine höhle die ein bisschen weiter da vorne ist und wir schauen rein sei wachte du leibes kommst du mit das blöde ist nur wenn da was drin ist was ich nicht besiegen kann dann ist cyrus geschichte komm mit los geht es sei bis vor dass die gruppe ist weil es ließ sich der gruppe an muss man nicht verstehen du bist jetzt aber dabei ja die sind jetzt auch nicht ganz so ohne wenn es mehrere sind ja sehr schön kümmere ich schon mal ein bisschen ich nehme die hier draußen dann einzeln jetzt sieht man so zurücklaufen es ist so länger schlitz alter damit noch mal erwischt stehe auf und trinkt was du ist meine durst anzeige ist fast runter gewesen große schläge hat kleine schläge erwischt mich trotzdem sie sind auch so ein bisschen fieser das sind quasi sie die wölfe im schleim mantel quasi er ist verliebt dem hast du es weiter liegt auch sehr schön das war's mit dir du misst wie okay keine mehr zu sehen dann haben wir alle schön die bild zu bild zu bild zu bild zu bild zu bild zu bild und eine truhe sehr schön nicht abgebrochen da war da kann kein heim tiere rufen und kampfstab ist hier noch einer verpackt das klingt so als würde noch einer leben metall truhe jagdbogen könnte besser sein müssen wir nachgucken ein sprengfeil geil sprengfeile sind auch gut und uralte stücke bratenes fleisch geil ja aus einer truhe was die schmecken grüne flauschige stück fleisch es gibt nichts besseres der welt gefallen oder läuft wieder sei es was los kommt folge einfach mein fuß Spuren. Soll ich dir eine Fackel anmachen? Siehst du es dann besser? Hier so eine Kurve. Ja, es gibt nur diesen Einweg. Ich weiß gar nicht, wie du dich dabei verlaufen konntest. Alles klar, Cyrus ist wieder dabei. Gut, haben wir die erste Höhle schon mal gesäubert. Aber wie gesagt, die meinte ich gar nicht. So. Dann Augen aufhalten nach Hirsche. Wie gesagt, dann lucken wir auf jeden Fall noch in die andere Höhle rein. Machen schon die ersten Bandinen weg. Ich meine, dass es auch ein Bandinenlager war. Chris, Schlange, Wolf. Wolf heißt speichern. Safer Teefierst. Zwei gleich wieder. Auch klar. Dem hast du es gezeigt. Der wollte nicht grad beißen darf. Nicht viel gefehlen. Meine Ausdauer ist weg. Das kann natürlich auch durch meinen Angriff durchbeißen können. Quasi. Hier haben wir noch mehr Wolfe. Da ist auch noch einer. Wahrscheinlich ist es mehr als einer wie immer. Man schießt auf einen und fünf kommen. Und Nassenpiercing. Oh, hier sind einige. Silvers, komm erst. Wildschwein, auch nicht viel besser. Blutfliege. Was ist denn das für ein Gebiet hier? Ich habe meinen Bogen in der Hand. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Alles klar, ich bin auch froh, dass das hier in diesem Teil oder nach dem Community Patch oder was auch immer so eingestellt ist, dass man nicht seine Begleiter ständig schlägt. Das fand ich in anderen Teilen immer ganz schlimm. Mieses, fieses, kleines Wildschweinchen. Ja, ich weiß, danke. Da ist aber die Höhle, die ich meinte. Das ist natürlich noch wieder ein Wolf im Weg. Nehmt aber vorher noch eine Heilung. Ich speichere noch einmal. Drei. Drei ist schon wieder. Dann muss Cyrus wieder mitspielen. Hoffentlich sind es auch nur drei. Oft ist es ja so, dass sie noch nicht im Renderbereich sind und auf einmal, das sind ja acht. Ja, klar, geht alle auf mich. Cyrus ist unwichtig. Der tut euch nichts. Okay, Nummer eins. Alter, das war schon wieder knapp. Er geht immer weiter nach hinten spazieren. Auch so ein geiler Bug eigentlich. Warum rennst du auf mich? Ich habe überhaupt nicht auf dich geschossen. Also jetzt, ja. Aber nicht, als du auf mich zugerannt bist. Das war bei mir jetzt nur Selbstverteidigung. Ich lasse mir da nichts anderes nachsagen. Der Wolf wollte mich angreifen. So. Dem ein ist viel weniger. So. Schnellfein sammeln. Ist zwar nur Fleisch bisher. Wie viele Erfahrungspunkte haben wir jetzt eigentlich schon? Nun, mach doch mal auf. 42. Also Lernpunkte. Level, wir sind Level 11. Sehr geil. Ah, sie ist von dem scheiß Baum runtergerutscht. Da ist gut. Der Vorteil ist immer, dass sie eigentlich in ihr Gebiet immer wieder zurückkommen. Als sei denn, die bangen irgendwo fest. Das ist halt die Gossip. Die rennen einen gewissen Zeitraum, rennen die weg und dann drehen sie normalerweise um und kommen in ihr Gebiet wieder zurück. Sodass man nicht groß nach ihnen suchen muss, wenn man ein bisschen Geduld hat. Kommt, schaffst du es. Joll. Er geht in eine super Position. Ihr könntet jetzt wiederkommen. Hallo, Cyrus. Wir warten 5 Sekunden. Wir warten 4 Sekunden. Wir warten 3 Sekunden. Wir warten 2 Sekunden. Wir warten 1 Sekunde. Und... Ja, Pech gehabt. Wir gehen in die Höhle. Als ich jetzt die Truhe leer gemacht habe. Steck dein Schwert weg, Junge. Sonst geht es nicht. Du kannst nicht mit Schwert... Bisschen hin und her gewackelt und nochmal probiert. Abgebrochen. Bisschen hin und her gewackelt und nochmal probiert. Glück gehabt. Oh, wir haben eine Schaufel. Schön. Aber wir haben auch Vergiftung. Das finde ich schon mal gut. Feuerball ist auch witzig. Ich würde sagen, das legen wir mal direkt an. Feuerball. Was haben wir denn da? Blitzschlag. Licht. Flammenschwerde ist auch nicht mehr schlecht. Guck mal, wir haben schon 5 mal Fireball. Das können wir schon mal ein bisschen verwenden. Bei Zaubern können wir ja nicht groß. Jetzt sieht es ja ein bisschen lustiger da. Also wie gesagt, wir machen jetzt noch, ich sag mal, 5 Minuten. 30 Minuten sind nämlich um. Sehe ich gerade, aber ich muss diesmal wieder viel schneiden. Das ist nicht so gut gelaufen, wie gewollt. Cyrus. Wo ist der schon wieder? Da steht er wieder rum. Bleib stehen. Scheiße, ich wollte den linken angreifen, nicht den rechten. Ja, fast getroffen mit deiner hellen Bade. Nicht der erste. Ach, sei, das macht das schon, oder? Ich würde gerne die Blume aufsammeln hier. Und ein Werkzeug her, was du benutzt hast. Komm, Cyrus. Let's mach's nicht. Stich. Ich stehe auf diese ganze Scheiße. Es war ja auch in deinem Interesse. Du wolltest mit mir losziehen und Banditen jagen. Dann schauen wir mal. Wir schauen mal rein. Das hier ist die Höhle vom Banditen-Boss Ortega. Ich kann es förmlich riechen. Ja, beweg doch mal deine Lippen. Okay, dann sind wir ja hier richtig. Da ist nichts mehr zu holen. Leichter Bandit. Den locken wir mal an hier. Oh, es kommt ein paar mehr. Er rennt direkt rein. Sehr schön. Und Schlitz. Stich. Und Schlitz. Oh, nicht erwischt. Oh, ich hatte mein Visier gerade nicht vorne. Mein Schild meine ich. Alter. Alter. Tolle Seite. Du Schickser. Was? Cyrus und so. Er hat zu tun. Ja, ich weiß. Aber kümmere dich um die anderen. Die folgen mir. Der sieht übrigens aus wie Cyrus. Stich und Schlitz. Stich. Oh, zu langsam. Stich. Schlitz. Stich. Hat nicht geklappt. Hat geblockt. Schlitz. Ja. Alter, der Cyrus. Du hast voll die Pfeile in dir drinstecken. Aber dein Kollege auch im Rücken. Oh, ein Zeichen. Sehr schön. Ich konnte nicht ein Teil dagegen machen. So, und jetzt mit dir, mein Freund. Von hinterher ist mit Pfeil und Bogen. Ich komm's immer noch drauf. Ja, auch wenn ich ihn umgebracht habe. Aber okay. Sagen wir, du warst es, dann bin ich ein besserer Mensch. Da ist nichts mehr zu holen. Doch, Pfeile. Überall stecken Pfeile drin. So, hier sitzt auch keiner mehr rum. Dann schauen wir mal jetzt da rein. Komm, ich hau noch mal auf einen drauf. Hoffe, dass der kommt. Oder wie viele. Nein, Cyrus, renn da jetzt nicht rein. Cyrus. Er lockt gleich natürlich wieder fünf an. Nicht übertreiben. Alter. Ne, ne. Cyrus, du machst das schon. Ich geh weg. Ja, genau so. Ein, zwei. Mit zwei kann ich leben. Und der nächste. Stich. Er kommt aber auch in mein Schwert dran. Da können wir ihm auch noch mehr erledigen. Ehrlich. Cyrus, ich komme. Ich habe schon, die meisten habe ich schon erledigt. Oh nein. Er liegt da am Boden, oder? Cyrus, jo. Das war es mit Cyrus. Ja gut, dann lese ich auch mit so vielen gleichzeitig an. Es ist nicht so dramatisch, wie ihr vielleicht denkt. Denn wenn wir Adea befreien, in dem Moment, wo ich anfange, Adea zu... Ach, Adea. Kapdun zu befreien, ist Cyrus unser Feind. Ich bin mit einem Ork-Söldner unterwegs. Und gehört zu den Rebellen. Das heißt, Cyrus wäre sowieso gestorben. Ob durch meine Hand, oder jetzt durch die Bandidenhand. Ist völlig irrelevant. Und so bin ich ja nicht an seinem Schuld. An Tod schuld. Ja gut, ich bin abgehauen, wo er meine Hilfe gebraucht hat. Aber mal ab. Aber ei. Wenn er den Rebellen angehört hätte, wäre es anders gelaufen. Alles klar. So. Das war die nächste Folge. Plastik 3. Wir haben einen großen Teil von dem Gebiet, was wir freiräumen wollten, freigeräumt. Wir sind jetzt gerade... Wie heißt er denn jetzt? Ortega? Boah, Ortega? War Ortega nicht eine Stadt? Ortega? Er heißt wirklich so. Komm, den geben wir schon mal einen Pfeil. Hui! Hat er nicht abgekriegt. Einfach so machen wir noch. So, da hat er schon mal seinen ersten Pfeil, da wo es hingehört. Alles klar. So, nächste Folge räumen wir die restliche Höhle auf. Dann machen wir die Hirsche. Wenn wir sie dann alle finden. Dann gehen wir nochmal zum Jäger Chris. Hier vorne. Bei dem Steinkreis. Und dann haben wir unten am Strand noch eine kleine Höhle. Und dann geht es nach Adea. Dann haben wir so viel Erfahrungspunkt, da können wir uns richtig leveln. Und dann versuchen wir die nächste Stadt zu überfreien. Kapdun heißt ja nicht Adea. Ich könnte mich schon wieder... So. Alles klar. Nächste Folge geht es weiter. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss.